Hallo zusammen, heute zeige ich euch verschiedene Dekoideen mit Plissés. Bei unserer großen Auswahl an Sensuna Plissés sind ganz viele verschiedene Dekovarianten gegeben. Das eignet sich ganz besonders bei Duo Plissés oder in Räumen mit mehreren Fenstern. Das Motto heute Punkt um Punkt. Ich zeige euch Stoffe derselben Stoffgruppe und ihre Dekoration. Hauptaugenmerk legen wir dabei auf den pinken und auf den grünen Stoff. Das ausgefallene Punktemuster sieht ganz besonders schön aus. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie in den dichter werdenden Punkten ein Feuerwerk, eine Blüte, eine Pusteblume oder etwas anders erkennen. Das liegt ganz allein in Ihrer Fantasie. Das Plissé mit dem pinken Tupf passt hervorragend zu dem einfarbigen Plissé in Altrosa. Diese Kombination eignet sich hervorragend, wenn bereits in Ihren Räumen schon ein ähnliches Farbschema gegeben ist. Zum Beispiel in einem frisch jugendlichen Mädchenzimmer oder in einem modernen Wohnzimmer. ähnlich, aber in einem kühleren Farbton ist diese Variante. Der hellgrüne Stoff greift perfekt das Pünchenmuster auf. Für alle, die nur einen kleinen Farbakzent mischen, haben wir auch ein neutrales, weil wir das weißes Plissé zur Dekoration haben. Ebenfalls haben wir auch verschiedene Alu-Schienen. In weiß, in schwarz, in silber und in bronze. Viel Spaß beim Dekorieren und bis bald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020